Damit auch herzlich willkommen hier zum täglichen Update von der Crypto AG am 24. Dezember am Heiligabend. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich zeige euch natürlich jetzt erstmal, um was es heute gehen wird. Timo wird euch darüber updaten, was jetzt die letzten Standpunkte bzw. der letzte Stand des ETF-Antrags oder der ETF-Anträge sind, was da jetzt geschehen muss bis zum neuen Jahr, damit diese gegebenenfalls im Januar dann wirklich angenommen werden können bzw. ob sie überhaupt angenommen werden, ist natürlich noch theoretisch in der Schwebe. Anschließend wird Timo sich mit euch nochmal anschauen, wie es denn aktuell mit dem Supply Last Active One Year Plus aussieht und was das Ganze zu bedeuten hätte, wird dann nochmal über weitere On-Chain-Daten sprechen und wie das Ganze aktuell den Markt beeinflussen könnte und im Anschluss daran wird Liam sich mit euch heute zu Heiligabend auch nochmal die Charts natürlich anschauen, damit ihr wirklich wisst, was jetzt in den nächsten Stunden und Tagen vielleicht noch wichtig sein könnte über die Weihnachtsfeiertage. Vorwärts einmal rein starten, einmal noch ein herzliches Dank schon an alle Leute, die uns hier jeden Tag supporten. Lasst doch gerne mal ein Like auf das Video oder einen Kommentar, das freut uns immer sehr und motiviert uns natürlich auch diesen täglichen Content auch weiter über die Weihnachtsfeiertage für euch rauszuhauen, damit ihr mal up to date seid und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch sofort rein. Und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Seit gestern gibt es ein neues Update von seitens der SEC zu den laufenden Bitcoin Spot ETF Anträgen und dieses Update hat es wirklich in sich. Was ist denn hier aber genau passiert? Reuters hat dazu einen Artikel veröffentlicht und zwar spricht die SEC davon, dass Bitcoin Spot ETF Emittenten, also alle Firmen, die sozusagen einen Bitcoin Spot ETF Antrag laufen haben, bis Ende nächster Woche, also sprich bis zum 29. Dezember, das ist der Freitag nächste Woche, ihre finalen Änderungen in ihren Anträgen einreichen sollen, beziehungsweise fertigstellen sollen, dann können diese Anträge nämlich für eine potenzielle Zulassung im Januar berücksichtigt werden. Was dabei jetzt so interessant ist, die SEC spricht selber davon, dass im Januar eine Zulassung erfolgen könnte und sozusagen nur die Anträge, die wirklich bis Ende nächster Woche diese finale Änderung mit drin haben, dann auch zugelassen werden. Hier ist also die Quintessenz, dass die SEC sagt, wenn ihr diese Änderung noch reinbringt, dann können wir euch im Januar zulassen, wenn ihr das aber nicht macht, dann wird es eventuell auf eine spätere Zulassung hinauslaufen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Signal. Inzwischen geht ja auf jeden Fall der gesamte Kryptosektor davon aus, dass es zu dieser Zulassung kommt und in meinen Augen ist das wirklich das wahrscheinlich aktuell interessanteste Event für den gesamten Kryptospace. Was sind denn jetzt die möglichen, ja, sag ich mal, Events, beziehungsweise Preis-Actions, die wir erwarten können? Es gibt zwei verschiedene Optionen. Zum einen haben wir ein klassisches Sell-the-News, bedeutet, in dem Moment, wo die SEC verkündet, dass der erste Bitcoin-Spot-ETF zugelassen ist, wird der Kurs abfallen, weil einfach sehr viele Investoren auf genau diese Zulassung spekuliert haben und jetzt, sobald das Ganze dann da ist, wirklich erstmal den Kurs fallen lassen. Die zweite Möglichkeit, die aber weiterhin besteht, was einfach schwierig ist für uns als Retail-Investoren einzuschätzen, dass der Kurs pumpt aufgrund großer Zukäufe durch die großen Finanzdienstleister. Ihr wisst es, wir haben es, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen in einem On-Chain-Daten-Part behandelt. Die großen Finanzdienstleister müssen ihre Spot-ETFs natürlich mit Bitcoins decken. Je nachdem, wie groß die Nachfrage an den traditionellen Finanzmärkten nach diesem Finanzprodukt ist, werden natürlich viele Bitcoins vom freien Markt, vom Spot-Market gekauft und das Ganze kann natürlich den Preis pumpen lassen. Sogar in meinen Augen, auch wenn es ein Sell-the-News geben wird, wird es danach längerfristig gesehen wieder zu einem Anstieg kommen, der sogar über das aktuelle Top hinausreicht, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt zu einer weiteren sehr interessanten On-Chain-Date, die sich mit dem Beginn des nächsten Bullenmarktes auseinandersetzt. Und zwar geht es hier um den Bitcoin-Percentage-of-Supply-Last-Active-One-Plus-Years-Ago. Was ist das Ganze? Kurz einmal runtergebrochen. In schwarz sehen wir die Linie des Bitcoin-Preises und in orange sozusagen den gesamten Supply, der seit mehr als einem Jahr nicht mehr aktiv ist. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt Bitcoins erwerbe, wo auch immer auf einem Defi-Exchange oder auf einem normalen Exchange diese Bitcoins an meine Hardware-Wallet schicke und diese dort liegen lasse, dann werden die von dieser On-Chain-Date erfasst, sobald sie länger als ein Jahr nicht mehr bewegt wurden. Worum es aber jetzt eigentlich geht, hier durch den Analysten Dan Moore hat sehr schön rausgepointet, diese Wave, also diese orangene Linie, diese sogenannte Hoddle-Wave, fällt meistens an zu sinken, sobald wir den Beginn des Bullenmarktes sehen. Warum? Ganz klar, weil dann natürlich viele Investoren mit Gewinnrealisierungen beginnen. Bedeutet, wenn der Preis wirklich sehr stark exponentiell steigt, also sich diese schwarze Kurve wirklich, wie wir es beispielsweise hier sehr schön sehen können, kurz nach dem Halving nach oben bewegt, dann kann es auf jeden Fall passieren, dass der Supply danach abfällt, weil natürlich viele Investoren Gewinne realisieren. Was sagt er jetzt dazu, wann das Ganze sein könnte? Er spricht davon, dass normalerweise in den letzten Jahren beim Bitcoin-Kurs diese Wellen, also diese Hoddle-Waves, immer circa ein bis zwei Quartale rund um das Halving eingetreten sind. Das habe ich gerade eben schon angesprochen. Bedeutet, da wir jetzt sozusagen im April 2024 das Halving sehen werden und es nicht ganz klar ist, ob diese Hoddle-Wave vorher anfängt zu fallen oder sozusagen später, bedeutet natürlich, sobald die Hoddle-Wave anfängt zu fallen, sehen wir den Beginn des nächsten Bullenmarktes, dass es ab jetzt eigentlich jederzeit beginnen kann. Was ich aber gerne noch dazu sagen möchte, sehr schön hier in den letzten Jahren zu erkennen, dass wir wahrscheinlich nochmal einen sehr viel stärkeren Anstieg sehen könnten, eben aufgrund der Zukäufe, die wir jetzt auch eben im letzten Boden gesehen haben, also im letzten Bärenmarkt. Sprich, wenn wir uns das Ganze einmal durchdenken, wann wurde der Großteil der Bitcoins gekauft? Ja, rund um den FTX-Crash bedeutet Ende letzten Jahres, Ende 2022 und diese Coins sind ja noch nicht erfasst, bedeutet, wenn diese Coins, die jetzt länger als ein Jahr nicht mehr bewegt wurden, noch in diese Statistik reinrutschen, könnte es sein, dass dieser Graf nochmal steil nach oben ansteigt, bevor wir dann mit dem Beginn des nächsten Bullenmarktes diese Gewinnrealisierungen sehen. Jetzt aber nochmal zu einer weiteren, sehr interessanten Onchain-Date und zwar dem Exchange-Reserven. Was ist hier der ganz, ganz wichtige Punkt? Ich glaube, in diesem Bullenmarkt werden wir eine wirklich ganz große Änderung im Vergleich zu den letzten Bullenmärkten sehen. Warum? Weil das Vertrauen in Exchanges extrem abgefallen ist. Was bedeutet das? Natürlich sind Exchanges sehr große Entitäten, die auch wichtig sind für den Bullenmarkt, aber auch generell für Krypto. Sie stützen die Kurse, natürlich entstehen dadurch auch Support- und Resistance-Zonen. An bestimmten Punkten kaufen die Exchanges einfach von selbst nach, natürlich auch mit den Gewinnen, die sie realisiert haben, aber sie sind natürlich auch ein ganz, ganz klares Problem, weil durch Exchanges natürlich Zentralität entsteht. Beispielsweise gerade in Bezug auf beispielsweise Ethereum, Proof-of-Stake, große Exchanges, die große Mengen Ethereum halten, haben natürlich auch in einer gewissen Weise einen großen Einfluss auf diese Kryptowährung und dementsprechend ist jetzt dieses verlorene, ja, sagen wir mal, diese verlorene Macht der Exchanges eigentlich ein eher gutes Zeichen, was das aber jetzt in meinen Augen bedeuten könnte. Mit dem Beginn des nächsten Bullenmarktes könnte es eventuell nochmal zu einem größeren Exchange sterben kommen. Wahrscheinlich zieht sich das dann eher so durch den Bullenmarkt hindurch, anstatt dass wir wie bei FTX ein einziges Event ziehen. Die Exchanges werden alle wieder sehr, sehr gut dran verdienen, dass jetzt Bullenmarkt ist, aber auf jeden Fall dieses verlorengegangene Vertrauen hier auch sehr schön zu erkennen. Im, ja, Ende letzten Jahres, als wir eben diesen FTX-Crash gesehen haben, sind die Exchange-Reserven wirklich extrem abgefallen und haben sich auch seitdem nicht mehr erholt. Die Leute vertrauen einfach den Exchanges nicht mehr und die Kurve hier auch nochmal sehr schön am Ende zu erkennen, ist wirklich stetig abfallend. Das war es jetzt erstmal soweit von mir zu den On-Chain-Daten und wir wechseln einmal rüber in den Chart-Part. Okay, Leute, dann auch nochmal herzliches Willkommen und frohe Weihnachten von mir zurück hier zur Chart-Analyse. Wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal Monats, Weekly, Daily und Owly-Time-Frame anschauen, aber alles nur ganz kurz. Es ist jetzt nicht sonderlich viel passiert. Außerdem haben wir Weihnachten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass während den Festtagen jetzt nicht allzu viel passiert, aber das Feiertage sind und Bitcoin ja immer mehr abhängig vom normalen Markt wird, sprich aktiver ist, wenn auch der Aktienmarkt geöffnet ist und natürlich zum Zweiten einfach, weil die Menschen sich auch, denke ich, jetzt die Tage nicht so viel mit Finanzen beschäftigen werden und dementsprechend wird es wahrscheinlich recht ruhig bleiben. Trotzdem wollen wir nochmal kurz die Monatskerze anschauen. Diese sieht nämlich momentan recht stabil aus, wie man hier so erkennen kann. Das wäre dann die vierte grüne Monatskerze in Folge. Ich denke mal nicht, dass diese noch rot turnen wird. Also ich denke nicht, dass wir bis Ende Dezember in den nächsten sieben Tagen hier auf bis zu 37.000, 38.000 US-Dollar fallen werden. Wenn, dann wäre das natürlich ein extrem bearishes Zeichen, kann ich mir aber erst mal nicht vorstellen. Ich denke, wir bleiben hier über den 40.700 beziehungsweise vielleicht sogar über den 43.300 US-Dollar drüber. Also so über dieser Widerstandszone beziehungsweise Supportzone und dieser Widerstandslinie. Das wäre natürlich sehr schön für den Bitcoin-Kurs und dann kommt es ein bisschen darauf an, was im Januar, Februar, März passiert und im Laufe des Aprils, wenn dann das Halving spätestens bis Mai stattgefunden hat. In diesem Sinne, Leute, also wollen wir uns das nochmal im Auge behalten, aber wir werden uns die Monatskerze auch nochmal deutlich genauer anschauen, wenn es dann Richtung Monatskerzen-Close geht. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen auf den Wochenchart, dann können wir ja auch erkennen, haben wir ja hier einfach die Weekly-Kerne, die bis jetzt immer noch nach dem Bounce aussieht. Weekly-Close ist ja in 12 Stunden heute Nacht und dementsprechend müssen wir einfach darauf schauen, was kann jetzt passieren, wie kann diese Weekly-Kerne schließen und momentan sieht das natürlich sehr bullisch aus, als hätten wir hier einfach nur oder beziehungsweise als würden wir hier einfach nur einen sehr schönen Long-Bounce von unserer Widerstandszone, die hier zur Support-Zone geworden ist, sehen und diesen Retest perfekt bestätigen. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen auf den Day-Chart, können wir hier auch erkennen, sind wir jetzt immerhin immer noch über dieser Trendlinie geblieben und ebenfalls die andere Downtrend-Linie, die wir hier hatten, über diesen einen Monat hier seit Anfang November ungefähr, ne, seit Anfang Dezember, sorry, bis jetzt haben wir auch gut hinter uns gelassen und momentan einfach die Seitwärtsbewegung. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal auf dem Vor-Auli anschauen, diese Seitwärtsbewegung hatten wir auch schon gestern und vorgestern in den Chart-Analysen, kann wie gesagt immer noch in beide Richtungen ausbrechen. Ich halte es nur für zunehmend unwahrscheinlich, dass wir nach oben ausbrechen, zumal wir hier keine signifikanten Closes, keine wichtigen Closes nach oben hin irgendwie mal hatten. Wir haben es hier ein paar Mal angetestet, haben es nicht drüber geschafft, dementsprechend können wir eventuell erwarten, dass wir mit dem Bitcoin-Kurs erstmal abverkauft werden. Viele haben ja jetzt auch, beziehungsweise das habe ich auch bei einigen YouTubern gesehen, haben ja hier so ein bisschen von so einem Rising Wedge gesprochen, was man hier über die verschiedenen Tops einzeichnen könnte, was natürlich auch nach unten hin ausgebrochen ist, aber ebenfalls auch in dieser Seitwärtsbewegung. Also weiß ich jetzt nicht, wie valide das ist, ich würde mich hier eher daran halten, dass wir einfach hier die vorherigen Tops haben und solange wir diese nicht durchbrechen, werden wir wahrscheinlich nach etwas längerer Zeit nach unten hinweg brechen und wenn wir diese durchbrechen, können wir durchaus nochmal höhere Level von 45, 46, 47.000 US-Dollar sehen. Und in diesem Sinne, Leute, war es das auch mit der Chartanalyse und dem gesamten Video. Ich hoffe, euch hat es vielmehr gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Aktiviert die kleine Glocke, weil dann verpasst ihr nichts mehr von unserem Daily Content. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.